Den Regenschirm brauchte das Ehepaar Trump beim Abflug aus Washington. Dort, wo beide heute unterwegs sind, ist das Unwetter längst abgezogen. Floridas Golfküste gleich nach Hurricane Michael einem Trümmerfeld. Viele schreiben die Intensität der Sturms auch dem Klimawandel zu. Dass der überhaupt stattfindet, räumte Donald Trump jetzt erstmalig ein. Ich glaube, es passiert etwas, etwas ändert sich, aber das geht auch wieder zurück. Klimawandel ist kein Witz, aber ob es menschengemacht ist, weiß ich nicht. Konsequenzen ziehen, die Umweltpolitik ändern, nein, das will Trump nicht. Die Wirtschaft sei wichtiger. Ich möchte nicht Billionen von Dollar ausgeben und Millionen Jobs verlieren. Das wäre ein Wettbewerbsnachteil. Erst im vergangenen Jahr hatte der US-Präsident Amerikas Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen bekannt gegeben. Unter ihm wird seit Amtsantritts in den Vereinigten Staaten unter anderem wieder massiv auf Kohleförderung gesetzt. Studien wie zuletzt auch von den Vereinten Nationen vorgelegt, misstraut Trump weiter. Man muss sich die Wissenschaftler anschauen, denn auch die haben eine bestimmte politische Einstellung. Trumps Einstellung dürfte der heutige Besuch im Katastrophengebiet in Florida kaum ändern. Schließlich habe es schon deutlich schlimmere Desaster in der Vergangenheit gegeben, so der US-Präsident.